Vor ein paar Tagen hat mein Mann mich gebeten, dass ich ihm ein Loch zunähe. Und ich meinte, okay, dann zeigen wir, wo das Loch ist. Aber es gibt ein Problem. Das Garn durch das Nadelöhr zu kriegen, das ist eine Schwierigkeit. Und er meinte, dann setz doch deine Brille auf. Und dann trotz Brille hatte ich sowieso meine Schwierigkeiten und es hat nicht geklappt. Und ich meinte, ach, probier du es, doch setz auch deine Brille auf und ja, probier es. Und dann haben wir das richtige Garn und alles, was man benötigt, gefunden. Und im Endeffekt hat es doch geklappt. Und genau diese kleine Geschichte hat mich halt zu der Predigt gebracht. Und die Predigt heißt, durch ein Nadelöhr. Und ich bitte dich, Herr, hilf mir heute. Duh, Herr, hilf mir heute. Halleluja, es hilft mir, das weiterzugeben, was du in mein Herz gelegt hast. Sodass die Ohren der Hörenden offen sind. Und wirken du, Herr, an unseren Herzen. Damit wir die Wahrheit deines Wortes verstehen. Damit dein Wort lebendig wird in jedem Herzen. Und wir vertrauen dir, Herr. Und wir brauchen deine Hilfe. Amen. Kann ein Kamel durch ein Nadelöhr kommen? Auf dem Bild, ja. Aber um wie viel muss das Kamel schrumpfen, um hindurch zu kommen? Und genau darüber werden wir heute reden. Matthäus, Markus und Lukas sprechen über eine Geschichte. Und sie zeugen davon, dass ein Mensch zu Jesus kam. Und stellt ihm eine Frage, die sehr viele Menschen ihn gefragt haben. Was muss man tun, um das ewige Leben zu haben? Und die Frage über das Reich Gottes, die Frage wurde halt immer gestellt. Und dieses Beispiel gibt ein Zeugnis davon, oder steht dafür, dass die Menschen sich das Reich Gottes nach einem menschlichen Bild vor vor. Oder ja, auf eine menschliche Weise. Aber Jesus, ja, er deckt einfach die menschlichen Vorstellungen auf und zeigt, dass sie falsch sind. Wenn man Jesus eine Frage über das Reich Gottes stellt, dann wird das Reich Gottes nach anderen Regeln sozusagen dargestellt. Beispielsweise er sagt Folgendes. Wahrlich, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind aufnimmt, der wird dort nicht hineinkommen. Oder noch ein Beispiel, wer der Erste sein will, wird der Letzte sein und wird ein Diener der Anderen sein. Und jedes Mal, wenn Jesus diese Fragen ja so beantwortet hat, dann spürt man regelrecht dieses Unverständnis in der Luft, denn der Mensch möchte immer das Sichtbare sehen. zeig es, wann wird es kommen. Wir brauchen, wir möchten es so konkret haben. Erkläre es uns, wie wird es sein. Und sie verstehen nicht, dass die Antwort vor ihren Augen steht. Der König des himmlischen Königreiches steht vor ihnen. Er wandelt umher, er spricht, er heilt. Und er sagt, das Reich Gottes ist schon unter euch, es ist hier. In einigen Übersetzungen heißt es, das Reich Gottes ist unter uns, in anderen Übersetzungen heißt es, das Reich Gottes ist in euch. Und die Jünger schauen umher. Wo? Sie sehen nur sich und Christus. Aber Jesus sagt, das Reich Gottes ist unter euch. Wie sollen sie es verstehen? Und erneut kommt ein reicher Jüngling zu Jesus. Und wir lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Das finden wir in Kapitel 19 und wir lesen ab Vers 16. Und er sagt, dass er nicht gut ist, dass er nicht gut ist, wie ein Gott ist. Wenn du willst, wenn du in die Welt bist, solltest du ihn nicht gut sein. Er sagt, dass er nicht gut ist, wie ein Gott ist. Jesus sagte, und du wirst ein Schöpfchen auf der Erde haben, und du kommst und folgst mit mir. Er hat die Sorte, weil er ein Junge mit der Schmerzen kam, weil er ein großes Schmerzen hatte. Einmal kam ein Mann zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich, was gut ist? Erwiderte Jesus, nur Gott ist gut. Du kannst das ewige Leben nur erlangen, wenn du dich an die Gebote hältst. Welche Gebote? fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle diese Gebote habe ich gehalten, sagte der junge Mann. Was muss ich noch tun? Jesus sagte zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Doch als der junge Mann das hörte, ging er traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sagt, folge mir nach, das sind sehr wichtige Worte, denn vor ihm steht der König des himmlischen Königreiches. Und das himmlische Königreich, das ist nicht Essen und Trinken, es sind keine irdischen Reichtümer, das ist immer die Waagerechte, es ist alles weltlich, das ist alles verständlich für das menschliche Leben oder es handelt um das menschliche Leben. Jesus Christus versucht ihm zu erklären, dass es noch eine andere Realität gibt, das ist die vertikale Realität, die muss обязательно zwischen Gott und dem Menschen und diese Beziehung zwischen Gott und dem Menschen muss bestehen. Junge sieht nur das Erdliche, er hat ein großes Reichtum und im 23. Vers sagt Jesus zu den Jüngern, und da heißt es, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich will euch die Wahrheit sagen, es ist sehr schwer für einen Reichen ins Himmelreich zu gelangen. Und ich sage es noch einmal, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. über welchen Reichtum spricht Jesus. Wir wissen aus der Schrift, wie Jesus Matthäus gesehen hat. Und Levi saß da und hat, genau, er war dort und hat die Steuern eingetrieben. Und als Jesus zu ihm kam, es war ein reicher Mann, er sagte, folge mir nach. Was hat Levi getan? Er hat alles hinter sich gelassen und es Jesus nachgefolgt. Wir möchten uns an Zaheus erinnern. Er war ein sehr reicher Mann. Und er fang an, sein Reichtum zu verteilen, obwohl ihn Jesus noch nicht darum gebeten hat. Und er meinte, jeden, den ich bestohlen habe, den werde ich erst wieder zurückzahlen. Und hier kommt der reiche Jüngling selber zu Jesus. Und Jesus spricht auch zu ihm, komm, folge mir nach. Aber es gibt hier eine Bedingung. Вот сначала разdai, а потом пойдешь за мной. Erst verteilst du deinen Reichtum und dann folgst du mir nach. Und lasst uns mal gucken, wo liegt der Unterschied zwischen diesen Menschen. Levi und Zaheus sie erkennen und verstehen, dass sie Sünder sind. Obwohl sie auch reich sind. Aber hier denkt der reiche Jüngling, ja, dass er gerecht ist. Er denkt, dass der Reichtum eine Bestätigung ist für seine Gerechtigkeit. Und viele Juden haben zu der Zeit so gedacht. Wir erfüllen die Gesetze. Wir sind gerecht vor Gott. Und deswegen segnet Gott uns mit Reichtum. Ich bin reich, weil ich besser bin als die anderen. Gott liebt mich. Wir müssen noch mal auf die Worte Jesu im Vers 21 achten. Er sagt, wenn du vollkommen sein möchtest. Was bedeutet diese Vollkommenheit? Потому что Junoche перечисляет, dass er sehr viele заповеди исполняет. Denn der Jünger zählt ja auf oder er sagt ja, dass er vieles erfüllt. Und er sagt, wenn du noch eine Stufe höher möchtest, wenn du vollkommen sein möchtest, und Vollkommenheit heißt, dass du bereit bist, alles zu opfern, um den Willen Gottes zu erfüllen. Und dass du dich einfach, ja, dass du unabhängig bist von all dem Irdischen. Und eigentlich heißt es, dass du so alles loslässt, dass du dich bekehrst, so wie Zaheus und Levi es getan haben. Dass du dich einfach absagst von den irdischen Gütern. Und dass du bereit bist, dich unterzuordnen. Aber der Jünger hatte eine andere Meinung. Ich möchte mit meinem Reichtum so umgehen, wie ich es für richtig halte. Das Problem liegt in folgender Sache. Reichtum gibt dem Menschen so ein falsches Verständnis von Unabhängigkeit. In der Bibel der Jünger in der Bibel der Jünger Stich. Prochitайте in der Bibel im Offenbarung Kapitel 3, Vers 17. Das könnt ihr gerne zu Hause lesen. Es gibt wunderbare Worte, wo Jesus die Kirche und sie bezeichnet. Jesus sieht die Gemeinde und er klagt sie an. Du denkst, du bist reich geworden und du brauchst nichts mehr. Das ist ein Zustand eines Menschen oder eine Gruppe von Menschen. Ich kann alles machen, weil ich reich bin. Uhe, ein reiches Mensch ist so ein Gefühl, dass alles seine Ziele hat, ich kann alles kaufen. Und ein reicher Mensch denkt, ja, alles hat seinen Preis, aber man kann auch alles kaufen. Ich kann auch, ich bin unabhängig, ich kaufe das, was ich will. Ich brauche eure Hilfe nicht, ich bin unabhängig. Ich muss mich, ja, niemandem unterordnen. Ich muss nur zahlen und alles wird für mich gemacht. Und wenn ein Mensch so eine Vorstellung vom Leben hat, dann braucht er sozusagen Gott nicht. Weil das Irrische ihn so verblendet, dass er das Göttliche nicht sieht. Und das ist auch das Riesenproblem. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare bleibt ewig. Und das Problem ist nicht im Reichtum selbst, sondern das Verhältnis zum Reichtum. Und das Nadelöhr, das sind wie die engen Tore, durch die jeder einzeln hindurchgehen muss. Und diese kleine Öffnung, du musst durch diese kleine Öffnung hindurch, und das kannst du nicht, wenn du viel mitnehmen möchtest von deinem eigenen sozusagen. Nicht deine Werke, nicht deine Arbeit, womit du dich rühmst. Und vieles, was der Mensch tut, basiert einfach nur auf seinem Stolz. Ich habe es getan. Ich habe das erreicht. Ich habe das und das getan. Hier und dort habe ich das gebaut. Und da sind Ambitionen. Und das Einzige, was der junge Mann wollte, war eine Bestätigung. Er wollte einfach nur hören, dass Jesus sagt, du bist super, du hast alles richtig gemacht. er hat die Worte Christi gar nicht gehört. Denn Jesus sagte zu ihm, du wirst mir nachfolgen und noch mehr erhalten. Du wirst mehr haben, wenn du mir nachfolgst. Denn nur ich habe diesen Schatz, habe den Reichtum, den du wirklich brauchst. Und allein um diesen himmlischen Schatz zu erhalten, ist es das wert, dass man einfach das Erdische loslässt. Und Reichtum, das muss nicht unbedingt Geld sein. Jesus потом дальше объясняет dann Jesus erklärt auch weiterhin den Jüngern, es können auch deine Eltern sein, deine Familie. Denn es gibt Menschen, die fokussieren sich auf die Familie und sagen, nur meine Familie. Wenn bei mir etwas passiert, ist es eine Katastrophe. Aber wenn es bei den anderen passiert, dann ist es ja im Grunde genommen schon fast egal. Es sind doch meine Kinder. Meine Arbeit. Möe образование. Meine Bildung. Das heißt, du kannst in unterschiedlichen Sphären reich sein. Du kannst zehn Kinder haben. Und du kannst sagen, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich habe zehn Söhne. Und sie werden mir auch ein Haus ohne dich bauen. Deswegen wir können in verschiedenen Sphären reich sein. Ein Mensch kann etwas sehr wertvoll sein, was er nicht loslassen kann. Also es ist eine Sache, die in seinem Leben auf Platz einsteht. Etwas, was an seinem Herzen klebt. Und das haben die Jünger sehr gut verstanden. Und deswegen haben sie sich gewundert. Und deswegen sagen sie, wer kann denn dann gerettet werden? Denn dieses Irische ist wie ein Magnet, wo wir einfach drangezogen werden. Wenn du beispielsweise in deiner Familie ein krankes Kind hast. Und Jesus sagt, ja, lass das alles zurück, beziehungsweise ich muss an erster Stelle stehen. Es ist auch so schwierig. Und Jesus sagt, es ist wirklich der Menschen nicht möglich. Aber Gott ist es möglich. Deswegen musst du mich annehmen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Hilfe, die dir helfen wird, durch dieses Nadelöhr zu kommen. Der Mensch kann sich nicht von der Welt lossagen. Der Mensch kann sich selbst nicht zu Gott wenden. Сам Christus ist das Reich Gottes. Denn wenn er über das himmlische Reich spricht, spricht er immer von sich selbst. Von sich selbst. Und das himmlische Reich beginnt genau dort, wenn der Mensch in Kontakt mit Gott kommt. Und das himmlische Reich beginnt genau dort, Wo der Mensch wirklich erkennt, dass dieser Gott zu seinem persönlichen Gott wird. Und nur nach dieser Begegnung fängt er an, sich sein Leben zu verändern. Er fängt an, sich sein Leben zu verändern. Er fängt an, die Welt ganz anders zu sehen. Er fängt an, die Welt ganz anders zu sehen. Er fängt an, die Spuren Gottes zu erkennen. Er fängt an, die Zeichen des himmlischen Reiches zu erkennen. Und wenn das Herz des Menschen geöffnet wird, wenn Jesus Christus in unser Leben kommt, das heißt, du bist in das Reich Gottes hineingekommen. Und das Kamel wird so winzig, dass es durch das Nadelöhr hindurch kommen kann. Aber selbst wenn wir uns auf diesem engen Weg schon befinden, fangen wir an, uns umzudrehen und schauen auf das Erdische. Wir verlieren manchmal diesen Fokus auf das himmlische und das Kamel wird wieder größer. Und hier brauchen wir die Hilfe Gottes. Damit wir uns wieder vertiefen in der Liebe Gottes. Damit wir Christus vertrauen. Damit er uns auf diesem engen Weg führt. Denn Gott braucht einfach nicht unseren stumpfen Gehorsam. Er möchte einfach unseren gutherzigen Gehorsam und seine Untertanen in seinem Reich sind gehorsame Menschen. und die Menschen, die Christus lieben. Die hören, was Christus sagt und ihm nachfolgen. Und wir bitten, Herr, hilf uns, dass wir reich an dir werden und hilf uns, das loszulassen, also all das, was uns zurückhält. всякую Trifogu über unsere Umstände all die Gedanken, die wir uns machen über unsere Umstände, dass wir uns ja Gedanken machen über unsere Eltern, alle Gedanken, die uns belasten, die Gedanken, die wir haben über unsere Kinder, Enkelkinder. Hilf uns, alles loszulassen und dir nachzufolgen, damit auf diesem engen Weg uns deine Liebe begleitet, deine Hilfe, deine Hand. Es ist sehr einfach, gerecht zu sein, wenn man nichts zu verlieren hat. Aber wenn wir denken, wir verlieren etwas, dann wird es sehr schwierig. Herr, hilf uns, das alles loszulassen. All diese Not, all diese Belastung in unserem Herzen, ja, dass wir uns ja über so viele Dinge Gedanken machen und so viele Probleme, die uns ja so unruhig machen. Herr, wir möchten die richtigen Entscheidungen treffen. Hilf uns, dass wir deiner Weisheit vertrauen. Wir möchten deiner Kraft vertrauen. Und mit vollem Verständnis möchten wir nochmal sagen, du bist der Herr unseres Lebens. Denn unser Herr ist ein liebender Gott und der das Allerbeste für uns möchte. Amen. Ehre sei Jesus. Und ich hoffe, dass diese Predigt euch motiviert hat, dass wir uns auf diesem engen Weg ja nicht irgendwie benachteiligt fühlen. dass wir uns nicht beengt fühlen, sondern dass wir die Freiheit spüren. Denn es gibt diesen starken Gott, der sich um uns sorgt. Und das ist so eine Freude. Amen. Amen.